So, läuft jetzt, ne? Ja, ich stehe jetzt hier. Ich habe hier einen Rucksack gefunden. Und hinten steht es auch. Und, ja, gucken wir mal, wem der gehört. Erste Adresse bei unserer Schule ist dann das Sekretariat. Und ich würde sagen, machen wir uns mal hin. Oh, ja, hinten. Herr Papa, hält auf! Ah, äh, lange! Ja, auf! Und hier, Volker Kuchen. Ja, da ist die gute Verteidigung. Lehrer ist hier. Ungefähr so, wie... Ja, denkt euch jetzt irgendwas Wichtiges, was nicht unbedingt wichtig ist, aber... Äh, hier, ähm, dieses, ähm, äh, Fazzebook. Da sind wir auch alle, ne? Aus unserer Stufe, da sind wir alle. Da hat die Hellen, ne? Könnt ihr auch mal eben zeigen? Wollt ihr jetzt mal rum? Dinger genau? Ja, Herr Egerfeld! Wissen Sie, wissen Sie was? Ich weiß, was Sie vor, ich glaube, ein, zwei Jahren einmal gemacht haben. Da saßen Sie im Kino, in der ersten Reihe in Münster... Beim Papa! Hm? Okay, danke, weiter. Ähm, und bei Fazzebook hat sie geschrieben, äh, wem die Tasche gehört. Läuft, läuft, läuft. Äh, hier sehe ich gerade die ganzen Kinder, ähm, das sind auch Leute aus unserer, ähm, ähm, Stufe. Da fragen wir mal, ähm, Ruhe, wem die Tasche hier gehören kann. Ja, komm mal mit. So, Kinder, äh, was ist das? Hallo? So, äh, hier, das ist der Julius, ne? Der kennt die ganzen Leute hier gut. Sag mal, Julius, äh, weißt du, wem diese Tasche gehört hat? Heike? Ja, Mädel, also, ja oder nein? Ein Junge, würde ich sagen, äh, ist unserer Stufe. Ja, danke. Wir gehen jetzt weiter. Kevin stinkt! Die Kinder verstehen mich auch gut, ne? Ja, ne? Ja, der Papa geht ja gut. So, ne, mal da Kicker machen. Ja, jetzt ist hier der Typ da am Keh an. Jetzt hören wir, hallo Frau, äh, ernst. Jetzt, äh, hören wir natürlich nix. Wie gesagt, die Besitzer haben wir jetzt noch nicht gefunden. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die die ganze Zeit mitzuschleppen. Ja, mach doch mal, aus hier! Ja, mach doch mal, aus hier! Was ist denn? Ne schwarze Tasche. Ob du meine schwarze Tasche gesehen hast? Eine Tasche? Ne. Ich bin hier irgendwo abgestellt. Ich bin hier schon mal. Ja, hab ich nicht gesehen. Wie kann das denn sein? Ja, wie haben wir denn hier? Die sitzen da schon die ganze Zeit. Ja, super. Viel Glück mal. Danke. Hallo. TASCHE! 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 Ja, äh, Mensa gerade. So, scheiß Essen. TASCHE! 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 Das ist aber... Das ist my, Hermann. Ja, mach mal aus jetzt. Muss jetzt ja auch keiner sehen. Ja, wenn man jetzt hier mal so einen ganzen Tag verbringt, dann merkt man schon mal, also das, was hier für ein Dings herrscht, Alexander. Und du, die Maike hat mir erzählt, dass du gestern Abend da bei diesem Mülleinwand warst, da was mit meiner Tasche gemacht hast. Baaah. Oh, guck mal. Hier, hier, Leute, guck mal. Baaah, guck mal. Ah, das ist nicht unsere, sollen Schüler lernen oder stehen da und gucken, film mal, während die Staub ver... Dings... Ja, nee, nee, also gestern war ich... Nee. Hier. Ah, der wiederholte, war natürlich auch so ein Kandidat, oder? Der und dann halb war das hier. Ja, wo war ich jetzt? Ja, mach mal aus. Mach mal aus. Das ist jetzt so egal. Untertitelung des ZDF, 2020